Kompetenzagentur hilft Jugendlichen Seit März ist die Kompetenzagentur der Koberharz auch in der Theaterstraße in Halberstadt zu finden. Sie ist Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Unterstützung bei der schulischen, beruflichen und sozialen Integration benötigen. Oft sind fehlende Qualifikation und individuelle Probleme die Ursache für Schwierigkeiten beim Einstieg in Arbeit oder Ausbildung. Das richtet sich jetzt natürlich auch nach dem Alter, ganz klar. Bei dem Übergangsmanagement Schule Beruf, das betrifft dann die 15- bis 27-Jährigen. Es ist hauptsächlich die finanzielle Absicherung, Perspektivlosigkeit, also bedeutet Berufswunsch unklar bzw. Ausbildung abgebrochen. Und natürlich im Moment hauptsächlich Drogenprobleme, Suchterkrankungen im Hintergrund, die natürlich da immens im Weg stehen, sich beruflich zu orientieren. Jeder der 14 qualifizierten Mitarbeiter der Kompetenzagentur im Harzkreis betreut 15 bis 20 junge Menschen. Zum Beispiel ist Katrin dank der Unterstützung der Case-Manager in den vergangenen zwei Jahren schon ein gutes Stück vorangekommen. Also ich hatte mit 23 war das, also meine ganzen Abschlüsse hatte ich noch absolviert und dann kam ich in Arbeit von der Gastronomie, ich habe in der Gastronomie gelernt und da fingen dann die ganzen Mobbing-Attacken an. Das heißt, von dem Mobbing an ging dann die Trauerverarbeitung, ich bin adoptiert, dann kamen auch die Wurzeln zustande, hatte dann Zusammenbruch und dann habe ich mich später bei der Kompetenzagentur gemeldet und zu dem konnte ich dann halt immer kommen, wenn es jetzt um Trauer ging, wenn es mir nicht gut ging und darüber bin ich auch eigentlich sehr stolz. Und was haben Sie jetzt in dieser Zeit erreicht? Ich habe meine Wurzeln jetzt halb wieder gefunden, ich weiß jetzt eigentlich, wer meine Geschwister sind und die werden jetzt auch noch den Weg mit der Kompetenzagentur zusammen nochmal weiterbeleiten, die werden mir auch da nochmal helfen und ich werde jetzt in Kassensystem in Saalo jetzt reingehen und werde da auch versuchen, dann als Verkäuferin Stand zu finden. Bis Ende 2013 hatte die Kompetenzagentur 586 junge Menschen im Alter bis 25 Jahre intensiv unterstützt. Seit Anfang 2014 ist sogar eine Hilfe bis 27 Jahre möglich. Wenn notwendig, wird die Betreuung über einen langfristigen Zeitraum abgesichert. In Sachsen-Anhalt verlassen deutlich mehr Jugendliche die Schule ohne Abschluss als im Bundesdurchschnitt. Durch das Schulverweigerungsprojekt Die Zweite Chance arbeitet die Kompetenzagentur mit 21 Schulen des Landkreises zusammen und betreut zurzeit 30 Schüler. Die bisherige Erfolgsquote liegt bei rund 92 Prozent. Also wir haben im Schulverweigerungsprojekt Die Zweite Chance haben wir die Zielgruppe ab dem 12. Lebensjahr bis maximal zur Abschlussklasse und bei den Problemen handelt es sich um Fehlzeiten hauptsächlich. Also die Schüler gehen gar nicht mehr zur Schule, sind komplett zu Hause oder aber verweigern passiv die Schule, sind also zwar anwesend, aber verweigern den Unterricht halt in der Schule. Wir sind ein freiwilliges Projekt, aber es ist natürlich so, dass die Freiwilligkeit auch immer erstmal ein bisschen hergestellt werden muss. Die Klienten kriegen wir durch Fallmeldung von der Schule oder durch das Jugendamt. Auch Eltern melden sich bei uns und es ist eher selten, dass die Schüler selbst kommen. Wie das im Übergangsmanagement der Fall ist, da kommen die Klienten ja auch selbst, weil sie selber ein Problem sehen. Auch bei den Schülern im Schulverweigerungsprojekt ist es eher nicht so. Also da spielen auch oftmals psychische Störungen eine Rolle, also Angststörungen sind ganz stark, also nicht nur Schulfobie im engeren Sinne, sondern auch also generalisierte Ängste. Und da ist dann Aufgabe zu gucken, dass wir da mit den Eltern zusammen und mit der Schule zusammen einen Plan machen, wie es weitergehen kann. Außerdem werden jetzt Schulverweigerer ab 6. Lebensjahr betreut, um möglichst früh positive Weichen zu stellen. Bei den Grundschülern ist es eher so, dass wir da viel mit den Eltern arbeiten. Die Eltern versuchen so zu unterstützen, um den Kind zu ermöglichen, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Weitere Informationen unter www.kompetenzagentur-harz.de